Walla kein Problem heißt es, glaube ich. Bisschen auf neu modernes Teil sind die Zyberis umgestiegen. Achso, walla kein Problem. Kein Problem. Walla kein. Okay. Okay, sehr süß. Walla kein Problem, wer entscheidet, ob du weiterlebst, nur Gott weiss, wohin die Reise geht. Mh, also. Mh. Der hat Rogen zu sich neben dem Boss. Mh. Haltest du dich bei dem Style, du denkst? Warte doch, warte doch, lass uns doch weiterhören. Jungs, lass uns weiterhören. Okay. Achso, du meinst du viel Scheiß gesehen? Walla kein Problem. Wie wir sein Graf in die Reichen gehen? Weil wir wollen nicht, weil wir nicht eingezählt. Sie können nicht, weil ich nicht, weil wir nicht eingezählt. Alle freuen, auf dich stehen. Warte, warte, warte. Hat sich wahrscheinlich von dem bis zu... Das ist kein... Das ist kein... Nein. Warte, warte, warte. Oh, oh, ich verstehe. Oh, nein. Warte, warte, warte. Ich verstehe. Ich verstehe es. Warte, warte, bitte. Die Jungs haben was noch probiert. Ja. 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 Die Jungs. Die Jungs haben was noch zum zweiten Mal. Nein, ich... Ich mag... Was ist denn diese Gesichtsausdrücke? Ich mag, ich mag, ich mag, ich mag, ich mag Automatik. Ich mag die. Die Hulk war noch gut, lass uns noch weiterhören. Die... Kann ich was fragen? Ja. Sind die Freunde, also, ist der beste Freund von Automatik Manuel? Nein, 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 ich... Also... Nice. Der kam später erst. Der kam später erst. Der kam später. Manuel, ja. Manuel... Der kam später erst. Sehr gut. Okay, wir machen weiter. Okay, weiter geht's. Das war kein Problem. Er hat wirklich so dahin gezeigt und das ist wirklich... Also, sein Studio ist wirklich dein Zuhause. Er wohnt dort. Sehr gut. Wallah, kein Problem. Wallah, kein Problem. Weiter. Kokain, Ethanol, Kunden, die das Zeug bei jedem Wetter holen. Du hast keine Ahnung davon, besser so. Junkies, Suchtverlagerung, Methadon. Mit Messern, Drohnen, Waffen ziehen für Kristalle. Fick Deutsch, schwörb seine Mutter, ich biss alles. Schlage blind auf dich ein, Piñata, jag den Gewinn mit bestmalliger Watt. Stopp, 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 stopp. Egal, wie nennst du dich jetzt, war der Wind zu den Jungs, so und so, halbmäßig, aber diese Piñata... Bruder, also diese Piñata... Da war eine Piñata, die gekippt wurde. Kannst du das mal sehen, bitte? Das ist die Piñata. Oh! Also, das muss man echt sagen. Die Piñata war sehr cringy. Die Piñata war sehr cringy. Ja. Aber Wallah, kein Problem. Wir machen weiter. Hahaha. Mit Best Marihuana. Shirt, Stone Island, Gürtel, Ferragamo. Killer warten hier nur auf Kommando. Wallah, kein Problem. Wähle Scheine, ob du weiterlebst. Nur Gott weiß, wie in die Reise geht. Kick Down, wenn sich die Reise geht. Mit dem Trainer, wo viel Scheiss gesehen. War kein Problem. Also, wisst ihr, was ich bei dem Song merke? Die Jungs waren ja lange weg. Und die probieren sich halt so irgendwie... Ich weiß nicht. Es ist halt ein neuer Song für die jetzt. Und die versuchen da reinzulippen. Auf Ehre. So. Man merkt auch ein bisschen Karamensky-Weibster. Also, ein bisschen viel Karamensky-Weibster. Ich bin eigentlich auf Automatikseite. Weil Attila und Rocco sind sehr nett. Das sind sehr gute Jungs. Und in Nürnberg haben die auch sehr gute Jungs um sich. Und das ist alles cool. Aber das war... Also, die können aber viel mehr. Aber Bruder, die sind auch schon genau... Du weißt ja auch, die sind auch Ewigkeiten im Geschäft drin. Und dann so viel zu liefern, dass du dich trotzdem mit dem Zeitgeld weiterentwickelst. Ich fand diese Stelle, wo der diese Flo gewechselt hat, ne? Das fand ich aus. Ja, die war meist... Da war ja auch teilweise Autotune mit dabei. Er hat die Stimme schon richtig gut eingesetzt. Bruder, muss man wirklich sagen an dieser Stelle. Props. Also, wenn... Es geht um die Hook. Es geht um die Hook. Es geht um die Hook. Ja, okay. Wenn die angelehnt ist... Nein, nein. Nicht angelehnt, Bruder. Nicht angelehnt. Nicht angelehnt. Die Mutter von der Hook ist gefickt worden. Das ist so... Es ist schon... Er wollte halt diese Hook nehmen und daraus ein neues... Ja, genau. Er hat das nicht gesehen? Ja, ja. Ich dachte, ich mach das besser. Ich dachte, ich mach das besser. Ich dachte, ich will das haben. Ja. Ja. Ich dachte, ich mach das. Ich dachte, ich will das haben. Ja? Und halt einfach eine neue Version draus machen. Ja? Ja, egal. Aber egal. Wir machen weiter, Jungs. Nein, ich meine, das ist cool. Attila. Liederscheibe lassen, die über Leichen gehen. Dunkelwagen, ich muss meine Scheine zählen. Sie können nicht durch gefühlte Scheiben sehen. Alle fallen auf mich stehen. Wenn ich mit Rap dann mit der Tag 9. Ja, so hol ich mir Respekt ein. Flex nice. Und du verschwindest wie bei den Ex-Files. Damals VW, heute steig ich in den Bandzeit. Zahle Mamas Miete, das Leben kann so perfekt sein. Wieso machst du immer auf Drop Strumpf, Digga? Lauf, brah. Siehst du, wie sie Crystals retticken direkt am Kaufland. Mach dich aus dem Staub, sonst endet das sie im Faustkampf. Kein gewissen Kilos, die kommen ganz ohne Aufwand. Sie ticken und schicken das Geld ins Ausland. Money, Money, Hade, ja. Also, das war Rocko. Ja, Party nice, ja. So, ich glaube, ich will einfach so das nächste Mal auch am nächsten Track von DLH. So, guck mir dann einfach, Digga. Die New Camera Liste ist auf Web WhatsApp Jungs. Die schickt sie euch gleich, okay? Aber wir gucken das mal zu Ende weiter. Also, Musikvideo ist auch so simpel gehalten worden, so erinnert an alte Zeiten. Ja, muss man auf jeden Fall gucken, was die in Zukunft noch liefern werden. Machen wir weiter? Lass uns mal aufs Ende gucken. Ja. Jungs, wer hat dieses scheiß Fenster hier aufgemacht, Digga? Den Internetbohr. Was? Der Router hängt, weil am Internet besser ist. Es ist so kalt, Digga. Ja. Okay, am Ende kommt jetzt angeblich noch was.